Herzlich Willkommen zurück zu Creativerse im neuen Jahr. Frohes Neues, alles zusammen, alle zusammen, alles zusammen. Und, seid ihr alle gut ins Jahr gekommen? Sicher. Ja klar, auch frohes Neues von uns, ne? Ja, frohes Neues. Ja, wie ihr schon seht, mit dabei Herr Bär LP und der Neotrex LP. Jawohl. Und ja, das neue Jahr beginnt mit mir. Ja, und du bist auch dabei. Und du bist dabei. Ja, ich bin auch dabei, ich bin auch dabei. Guck mal, ich wacke. Warte, mir ist gleich wieder schlecht. Und die Little Miss baut sich jetzt ihr Häuschen hier hin. Ihr seht ja hier, das ist diese Blaupause, die Leute kriegen. Anfänger kriegen. Genau, Anfänger kriegen. Oder, was heißt Anfänger nicht, die kriegt ja jeder, der neu oder auf einen neuen Server geht. Deswegen hatten wir das ja bei Martin auch gekriegt. Genau. Also jedes Mal neuer Server, kannst du das bauen. Genau. Ja, das ist dann das Häuschen. Ja, dann baue dir dein Häuschen mal hier hin und wir, würde ich sagen, du machst deinen kleinen, deinen kleinen Frischwassertümpel. Ja. Und ich mache unseren Schwimmingpool. Mir fehlen aber noch Crackedwood Leaves. Echt? Ähm, ja. Ja, warte. Ähm, 18 Stück hab ich, 25 Proz. Hm. Pixi, geh weg da. Let's bauen. Hm. So, activated. Gucken, wo hab ich das denn hingepackt, ey. Äh, ich hatte hier zwei Truhe. Wo ist denn die? Oh man. Bling, Bling, Bling. Du kreuchelst süß, oder? Bling, 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 Bling. Das ist die ganze Zeit wieder, ne? Wo ist das? Kling, what? Das weiß ich nicht. Oder hab ich das da unten hingepackt? Warte mal. Gehen wir mal hier. Nein. Ich habe keine Ahnung, wo du das hingepackt hast. Ernsthaft. Ich weiß es nicht. Ich hab, ganz ehrlich, ich hab da ne Truhe gemacht und die truhe ist weg die komplette truhe ist weg ja kann nicht sein oder guck du doch mal da wo die kohle ist also drüben im keller ist nix ja ich guck trotzdem noch mal gehen wir da wo die kohle ist und daneben da war da war eine truhe meine ich und da war auch das quackboot drin ist hier unten ist es nisch kohle der ist auch hier hast du ja das ist eine geistige wie viel 18 stück hast du ne 18 stück habe ich 25 brauche ich die jetzt da ist direkt neben dem ventility die rechte hier die hier da ist keine doch das ist die truhe dann jetzt ja du stehst in der truhe ja aber für eine sehr komisch also dann ist auf jeden fall der truhe da habe ich jetzt auch das ist das gekrackte holz raus genommen du ja 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 wir haben doch hier soll mir etwas bestimmtes mal schenken was denn ich bin gerade am haus bauen irritiert mich jetzt ich habe dir da was hingekackt moment da sind die restlichen das restliche crack drin was sollt ihr denn schenken ach ich glaube ich weiß schon was andersrum du bist du das stört mich nicht guck mal her bevor du da weiter baust ich will mal reingucken die tasken bei frauen falsch rum andersrum rechts rum ich habe keine tür doch du hast gleich eine ja das ist einmal in luftiger höhe weißt du da gleich bauen wir ein stein ab und sie sagt ja genau so sieht es aus weißt du noch nicht alle von von den liefes hier unten sind nämlich nur welche und wenn du dich nicht beeilst dann die spawnen die hier nämlich ich glaube die säcke die spawnen nämlich auch das hat mein einhorn schwer glaube ich yeah rainbow nato 5000 ja ja wer ist denn auf den namen gekommen äh die von creativerse ja wie gesagt wenn du das noch brauchst ich kann es immer wieder bauen keine ahnung warum ich das bauen kann nein habe ich noch nicht bin ich noch nicht zu gekommen So, ich geh jetzt meinen Planschbecken da bauen. Haben wir eigentlich nur so viel Wasser? Ähm, am Meer. Lass Eis schmelzen. So, ich wollte auch was bauen. Ein Lied zum Treppens. Du auch? Yes. Ich nicht. Ein Lied zum Schlapp. Ach, du auch? Doch. Natürlich habe ich natürlich nicht so klar, es ist doch wieder hier nach, es ist doch alles wieder. Aber bevor ich das mache, baue ich jetzt mal aus. Nein, ich brauche jetzt direkt die Treppen. Ja, ich muss erst mal ausbauen. Okay. Nein! Doch. Ich bin runtergefallen. Das ist so eine Genugtuung für dich jetzt, ne? Ja, schon so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ne? Ein bisschen. Das Jahr fängt gut an, ne? Ja, ja. Ich finde es gerade ganz toll. Ach ja, wir können ja mal die Community fragen. Was haltet ihr denn davon? Schreibt es mal entweder bei mir oder bei Neo unter die Kommentare. Unter die Kommentare? Ja, also unten in die Kommentare. Also da. Ich bin nicht sicher, wie ich bauen. Ne? Wenn die Kia jetzt öfters oder so gut wie immer dabei wäre. Und zwar so, wie sie jetzt ist. Ne, was hältst du davon her, Neo? Also ich hab da nichts gegen. Ja, ne? Also ich hab da auch nichts gegen. Es reicht, wenn ein einziger dazu stimmt, ne Martin? Das ist ja wieder so ruhig. Konzentrier mich. Scheiße, mir fehlt eins. Was fehlt ihr denn? Was fehlt ihr denn? Ne, alles gut. Ich hab alles, was ich brauch. Komm mir noch nicht hoch. Ich weiß, was ich brauch, hey, was. Alles. Dann geh mal gucken, was hier ist und mach die Kleinen. Ach Gott, gehen die weeg. Was denn? Wir müssen jetzt voll beob... Hier fehlt ein Holzstein. Hier fehlt ein Holzblock. Oh. Hier einer hinten. Mach's vor allem hin. Wie denn? Ich hab kein Holz mit. Da. Sehr gut. Wie der das genießt. Da fehlt ein Lochfraßholz. Ich bin gerade dabei. Ah, hier fehlt eine Tür. Wie viele Folgen hat sie dich so geärgert? Oh, das kriegt sie jetzt alles wieder. Alles in einer Folge. Und hier drin ist noch, hier fehlt noch Laub, ne? Ja. Ich, 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 ich will es ja nur sagen. Also, ne, ich sag dir das ja nur. Ich weiß, dass da Laub fehlt. Gut. Tür zu. Geht weg. Hat sie denn auch schon die Fackeln angebracht? Natürlich nicht. Nein. Weißt du, was das Witzige ist? Nee. Was denn? Eigentlich müssen ja alle, ähm, die regelmäßig uns zugucken. Als wir gesagt haben, hier machen wir jetzt einen Teich, den wir ausgraben werden, ne? Mhm. Facepalm machen. Ja, ich glaub ja. Weil wir hatten ja hier mal ein Loch. Ja, wir hatten ja mal eins. Das ist richtig. Ein sehr großes sogar. Ja. Aber weißt du, was ich cool fände? Ähm, was hattet ihr denn von die Idee? Ähm, die Idee? Ich hol hier... So, was fehlt jetzt noch? Oh, was für Idee hast du denn? Ähm, und zwar wollte ich statt normales Wasser, wollte ich Brackwasser holen. Br... Ja, dieses Dunkelgrüne, das mein' ich. Ach so. Sumpfwasser? Sumpfwasser, ja, ich weiß nicht. Ich glaub, du hast alles. Ich kann ja mal kurz, wie es aussieht, obwohl ich das mal. Ja. Jetzt kannst du dich selber dissen. Ja. Ne, ich hab den Neo eingesperrt. Das hat alles, oder? Hast alles. Kannst jetzt deaktivieren. Wenn du jetzt rechtsklick auf den Cornerstone machst, dann zeig ich dir dann, steht... Kompliit! Genau. Dann kannst du ihn jetzt deaktivieren und einsaugen. Ja, siehste. Äh, was passiert jetzt eigentlich folgendes? Ich hab' jetzt, ähm... Nehmen wir mal an, ich hab' jetzt normales Wasser. Mhm. Und da drunter hab' ich, ähm... Möchte ich aber eigentlich Mineralwasser haben. Naja, lass mich nicht alleine! Naja, lass mich nicht alleine! Naja, ich glaub' nicht. Warum? Sie hat kein richtiges Schwert, ne? Das müsste... Ach ja, und überhaupt keine Rüstung, keine Rüstung, keine Rüstung, keine Rüstung, keine Rüstung. Keine Rüstung. Haben wir auch noch unten. Geh' mal dem Neo folgen. Genau. Wo ist denn der? Der ist jetzt links, also rechts, also links von dir, rechts von mir. Jetzt ist er links von mir. Ja, er ist in der Schmiede drin, Sir. Ich bin doch nicht einfach alleine. Ich bin doch schutzlos. Na, so einfach war das jetzt auch nicht. Ich bin doch schutzlos. Schutzlos ausgeliefert. Wo ist denn der Neo hin? Hier runter, die Treppe, äh, die Leiter runter. Wo ist denn deine Leiter? Ja, da, genau. Da guckst du unsere Let's Plays nicht? Doch, aber das sieht alles so anders aus aus meinem, aus meinem Perspektive jetzt. Äh, jetzt muss ich selber gucken, wo die Rüstung hier drinnen war. Ähm, wo, wo ist denn die Rüstung, sag mal. Ähm, oh Gott, diese Folge heißt zwei und eine Frau, ne? Ja. Two men and a half. Eine half, äh, ja. Ja, ja. Eine half, man. Nein. 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 Die ist dann genau da, wo du jetzt hin rennst. Da, 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 da. Ich hab's verlaufen. Scheiße. Mach her zurück. Nee, hier ist keine Rüstung. Ach, hier. Wenn ich jetzt hier gesagt mach ich hier jetzt eine Obsidian-Rüstung fertig. Scheiße, wo bin ich jetzt hingekommen? Ich hab ja noch hier, wir haben ja Obsidian-Helm und hast dich gesehen. Kannst du sicher mal... Du bist im Keller. Ja. Du musst hier hoch. Komm mal raus, komm mal mit. Ich will aber nicht in den Porta laufen. Nee, müsste ich auch nicht. Die ist auf jeden Fall, ähm... Wir haben noch oben drei. Vielleicht doch grad schon. Drei Holzkisten, ne? Ja. Und eine schwebt in der Luft. Zumindest für mich. Ja, die tut's auch, weil da ist... Ach hier, guck mal. Genau, da sollst du dich mal alles, was heile ist, rausholen. Die rechte. Die Schwebende. Die Schwebende. Gib mir mal ein gutes Schwert. Was soll ich machen? Soll ich mir da rausnehmen? Alles, was heile ist, nimmst du dir. Aber am besten Obsidian. Genau. Am besten Obsidian. Du kannst dir da... Genau. Alles, was heile ist... Dann musst du... Genau. Muss ich mal gucken. Und den Helm. Hast du den Helm schon? Den Helm hab ich. Müssten vier Sachen sein. Leggings. Also ich hab jetzt eine Leggings. Eine Brustplatte. Helmet. Breastplatte. Und... Den haben... Armguard. Hast du Pressplatte gesagt? Festplatte. Festplatte. Festplatte? Was für ein Schwert soll sie denn kriegen? Ich hab doch eins. Ja, ein vernünftiges. Ein vernünftiges. Ähm... Ich würd ihr ehrlich gesagt, ähm... Ruhig das Diamantschwert, das ist was meinste. Weil dann kann sie sich besser verteidigen. Genau. Verteidigen. Also du kannst ja... Kannst ja meinen... Du hast die Rüstung aber noch nicht angelegt, ne? Ja. Ja, aber die Rüstung hast du nicht angelegt. Du musst die Rüstung anlegen. Ah. Bin dabei. Zehn Sekunden Verzückerung. Ja. 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 Immer super. Schnieke. Kann jemand ein Foto von mir machen? Ja. Dann schau mal zu mir bitte. Die kann sogar selber machen. Sehr schön. Ja. Drei, zwei, eins. Cheese. Fertig. Ja. Warte, ich dreh mich wieder. Siehste als Thumbnail dann. Hehehehe. Yay. Ich bin ein Thumbnail. So komm mal mit. Moment. Du Knister. Ja, warte. Das lag nicht aus. Da sind wir noch gar nicht. Ah, komm mit. Du kriegst jetzt noch ein Diamantschwert. Das ist auch ein schönes Schwert. Ja, du kriegst es aber vernünftig. Damit kannst du nichts reißen. Du kriegst noch ein effektives Schwert. Weißt du, wovor ich mir jetzt Sorgen mache? Ich habe hier eins, zwei, drei und hinter mir sind auch nochmal Viecher. Ha, cool. Die haben sich euch geordnet. Was? Nicht angreifen, ich habe ein Schwert in der Hand. Ähm, hier aus dem Rechner ist Diamantschwert. Kannst du hier rausnehmen. Diamantswirt. Ich kann jetzt auch einen Lumidswirt, habe ich gerade gelernt. Ja, kannst du. Ja, alles was du irgendwie kriegst von uns, kannst du lernen. So. Im Endeffekt können sie auch in die Kiste hingehen, wo die ganzen Rezepte drin sind, ne? In die Kiste? Ich soll in die Kiste. Und, ähm, da alle Rezepte lernen. Hast du? Jo, lass mich. Nein! Da kannst du da die ganzen Rezepte schon mal lernen, die du da, die wir da drin haben. Ja. Kannst du auch lassen. Ja, kannst du auch später machen. Ja, ich kann auch alles nach und nach. Ja, ich auch. Das meiste sind eh die Rezepte für Weihnachten jetzt. Ja. Ja. Ah, ich krieg den Drehbuch. Tür zu. Tür zu. Tür zu? Kann die Tür ja nicht zu machen. Ja, da musst du ein bisschen rumfummeln. Hallo Tür, wir fummeln jetzt an dir rum. Das mag die Tür. Mehr nicht, sie reagiert nicht. Ja, du musst das Steuerkreuz so da halten, bis die Tür heller wird. Ah! Ah! Tür zu! Victory! Errungenschaft. Was denn? Nix. Was hast du denn, Jens? Was hast du denn gesehen? Was? Was ist das? Was ist das? Geh mal drauf und spring mal. Ja, geh mal drauf und spring mal. Ja, geh mal drauf und spring. Und jetzt spring. Wie cool! Das sieht voll eklig aus, ich kann mich angreifen. Ah! Bist du's weg? Okay. Ja, das haut irgendwann ab. Ja, dann verschwindet das. Was macht ihr jetzt? Kann ich euch einen Kink ziehen? Ich mach jetzt... Ich mach jetzt grad Treppen. So, Alex, hier sind noch ganz viele Stone Slaps drin. Oh Gott. Wenn du welche brauchst. Ja, wenn ich gleich welche brauche, dann... In den Prozessor... Tür zu! Du stehst doch in der Tür. Nein, tu ich nicht. Martin hat Viecher drin im Haus. Ja, das passiert schon mal. Oh, sie sind weg. Oh Gott. Und, äh, wo ist man entfernt? Da ist man entfernt. Ihr habt ein Leafy im Haus. Ja, manchmal ist das ein bisschen seltsam. Hm. Huch, hm. Sie sind weg. Was machen wir denn? Krass. Siehst du das auch, dass die, wenn du sie setzt, gelegt sind und dann wieder auftauchen? Wie meinst du? Bei dich? Bei den Steinchen jetzt. Was denn damit? Die sind, als du sie gesetzt hast, da gewesen, dann sind sie weg gewesen und sind wieder aufgetaucht. Ne, das hab ich nicht. Außerdem fehlt hier einer. Wo? Ja, da war... Stand ich im Weg, ich weiß. Stand was im Weg. Hm? Äh... Oh, ich geh zu Wehrhaus. Ja, da könntest du mir mal Erde mitbringen. Super, hab grade Erde weggebracht. Oh, toll. Wo ist denn Erde? Hier. Nur nicht da, wo ich stehe, sondern weiter links. Was ist das denn eigentlich? Welche Kiste soll ich nehmen? Die letzte, oder? Da, wo auffüllen steht. Oder die letzte. Nimm die letzte, die da, wo was drin ist. Braucht ja nicht so viel. Muss hier nur eben was... Wie viel brauchst du? Äh... Ne, lass mal. Ne, vergiss es. Ich brauch gar keine Erde. Kommt ja eh ein anderer Boden rein. Kia. Kia. Ja? Willkommen in meine Welt. Ja. Okay, gut dann. Geh mal. Hoh mal. Mach mal. Ne, lass mal. Ach, schnauze jetzt. Kann ich dir helfen? Ähm... Ihm ist nicht mitzuhelfen. Ähm... Du könntest hier auch die Erde abtragen. Ich mach ja jetzt hier die Umrandung, ne? Also das, was jetzt in der Mitte ist, soll weg. Genau. Und das dann in der Mitte weg. Und dann mach ich so treppenmäßig alles immer weiter runter. Ich weiß noch nicht, wie tief ich geh. Wie tief soll ich denn gehen? Ach, den kannst du ruhig ein bisschen tiefer machen. Weiß nicht, so drei, vier. Ach so. Du machst auf der Seite hier mal auf dieser Seite hier. Ich wollte es so spitz zulaufen lassen. Nach unten runter. Ja. Das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Es könnte was sein. Oh, äh, Entschuldigung. Du viel zum Thema, ich... Und irgendwann macht sie ihre eigenen Projekte dann hier. Wahrscheinlich. Ob ich das hier mit meiner Handhabung besser funktioniert? Ach ja, das ist schon... Ja, das ist Übungssache. Du kannst hier alles bauen, was du willst, Hauptsache es gefällt uns. Ja. Und jetzt noch ein tiefer. Genau. Ähm, wollt ihr mal eben gucken kommen, ob das so gut ist hier? Nö. Danke. Ich komme. Bin unterwegs. Wo bist du denn? Tada. Hui. Ah, willst du mit reingehen hier? Hier rüber gehen? Genau. Und dann wieder hier rauf. Ja, genau. Das ist cool. Hatt ich mir so gedacht. Ich erinnere mich in Oberhausen, das Schwimmbad hat das auch. Mit Haus? Ja, so ungefähr mit Haus. Ja, in den Dimensionen ein wenig anders, aber... Na komm, das ist Oberhausen, das Schwimmbad ist kleiner als das Haus hier. Naja. Meinte eigentlich mehr, dass die ne Waffenkammer nicht haben und... Siehste, unser Haus ist cooler. Ja. Ich geh wieder Erde abbauen. Aber ist cool so. Ne? Macht was. Hat was, oder? Ja, das hat auf jeden Fall was. So, jetzt broke ich water. Und dann? Ja, ich auch. Wo ist denn das Wasser eigentlich? Äh, Truhe unten, ähm, entweder die obere oder die untere. Keller oder Schmiede? Keller. Wer ist ein Dach. Okay. Und wenn nicht, dann ist es Schmiede, aber ich glaube es ist Keller. Und Glauben ist nicht Wissen, ne, Herr Kollege? Ja. Ah, siehst du, ich sag doch, sie braucht das Haus fertig und dann ist die Folge zu ändern. Jaja. Boah, ich hab die Idee. Wo ist die? Mal gucken, ob das was wird. Nein. Was für eine Zelle hast du eigentlich? Gar keine. Achso, die haben gar keine Zelle. Glaub ich. Nee, gar keine. Hast du auch keine im Inventar? Nein, ich hab, was hab ich denn? Ich kann keine ablegen. Warum kann ich keine ablegen? Also ich hätte noch ne fast ganz kaputte Diamantzelle. Aber das bringt ja nichts. Ja warte, ich hol mal eben. Irgendwo war doch die Truhe. Moment. Crumbled Note? Brauch ich das? Nee. Wo sind die jetzt hingelaufen? Irgendwo wird das sein. Ah, ich seh ihn. Nee, das bist du. Wo ist denn der? Das Bärchen ist weg! Warum geht das denn jetzt nicht? Also ich seh Bär, das Neo seh ich. Das Bärchen seh ich gar nicht. Ich kann keine abgeben. Ich bin beim Neo. Ich geh beim Neo. Ich kann, ich kann keine abgeben. Also ich seh deinen Namen. Ja, bleib da ruhig. Aber ich kann trotzdem keinen abgeben. Okay, ich geh mir zu lange zum Neo. Ja. Ertrinkt man jetzt hier nicht, wenn man... Oh man doch, man ertrinkt. Ja. Ich krieg das Wasser jetzt noch nicht höher. Scheiße. Kann das sein, dass ich einen Grafikpack habe und gar nicht diese Zellen habe, die ich jetzt bei mir drin hab? Ach komm mal hier hin, Kia. Wo bist denn du? Äh, unten im Keller rein. Okay. Ich mein, du kannst ja... Gib hier ruhig die kaputte von dir. Ich weiß nur nicht, warum ich meine nicht abgeben kann. Entweder hab ich echt einen Grafikpack bei mir drin, ne? Hm. Hier steht ne Ziege drin. Ach, da ist sie. Oh, ich bin... Pass auf. Geh mal hier die linke. Ne? Rein. Die linke. Ja. Und nimm mal die Iron Mining Cell schonmal mit. Und oben links die ganze. Wie komplett links die? Genau, die heile ist. Dann kannst du die da unten links in deinen Dick reinpacken, da. Hat er schon gemacht. Alles klar. Jetzt geht's nen Tick schneller. Hat schon. Wenn Chris noch ne kaputte rüber hat, mit deinem Diamantenzelle, dann kann er die dir auch noch geben, wenn er möchte. Wenn er so lieb ist. Klar. Die Ziege folgt mir. Das kann passieren. Ja, ja. Manche sind sehr zutraulich. Na, das ist nicht. Wir werden ihn dann kennen und dann bleiben sie bei einem. Hi! Na, Ziege? Es ist nebelig bei euch. Ja. Und so ein... Wo seid ihr denn jetzt gerade draußen wieder? Am Pool. Am Swimming. Also ich krieg das mit dem Wasser grad nicht hin. Hätt sich jemand verbaut. Ah ja, das ist... Das passiert schon mal. So. Ähm. Gib mir mal dein Wasser. Ich hab kein Wasser mehr. Ach so. Das ist voll hoch. Ach so. Ach so, noch höher ne? Dass das Loch hier weg ist, ne? Ja, genau. Ähm, der Sack ist für dich hier. Ja. Das ist halt... Ich krieg das da nicht hoch. Das ist nicht Minecraft. Das ist das Problem. Ja, das ist schon wahr. Und so ist das doof. Ja. Auch nicht, wenn du von hier oben jetzt das hier hoch machst? Ja, das hatte ich ja. Also ich wollte es nicht bis ganz nach oben. Mhm. Oder doch bis ganz nach oben. Ne, ne. Ich find das schon cool. Dann kannst du nämlich hier so raus, ne? Ja, eben. Oder was ist, wenn du es jetzt hier oben angekoppelt hättest? Vielleicht hält sich das dann gefüllt. Dann hättest du einfach mal zumachen brauchen nur. Und dann immer schön von unten, von oben dann runter. Das könnte natürlich sein. Weil hier müssen wir leider noch ein bisschen tricky arbeiten. Liebe Creativerse Entwickler, ähm. Wär toll, wenn ein neuer Patch rauskommt, wo das dann gepatcht ist. Ja. Oder gefixt. Genau. Die Flussrichtung wär schon geil vom Wassach. Ansonsten sind wir sehr zufrieden mit diesem Spiel. Absolut. Gut. Danke, dass du mir den Boden unter die Füße wegnimmst. Wie hast du dich hier verbaut? Ne, ne. Ich hab's ja mit Absicht weggenommen. Der klaut mir einfach die Erde unter den Bösen. Böse. Böse, böse, böse. Darf ich ihn hauen? Mach doch. Weil das Problem ist, das was ich dann vorhabe, wird dann ja auch nicht funktionieren, ne? Ja, das ist das Problem. Äh, das erfrecht mich. Scheiße. Aber ich hab noch ne Alternative, was ich noch mache. Oder du musst wirklich Schicht für Schicht arbeiten. Hm. Willst du das jetzt wirklich noch tiefer machen? Ja. Jetzt haben wir's noch gleich. Grafik? Oh, dann nicht. Noch tiefer? Nee, nee. Ich denke mal... Nee, das ist in Ordnung. Das, das, das kann so bleiben. Soll ich die Folge mal beenden? Hm. Ach ja. War ja. War ja, ne? Ja, ich bin auch grad wieder drin. Ja, okay. Dann beende ich jetzt hier mit die Folge für heute. Und... Man sieht sich in der nächsten Folge. Von Great Diverse. Genau. Im neun Jahr. Achso, es geht jetzt weiter. Wir sind jetzt schon im neun Jahr. Ja, aber es geht... Also... Ja. Es wird weitergeführt. Die Tradition. Das ist Montag, Donnerstag, Samstags und Donntags. Great Diverse Good. Ja. Schön. Besonders Montags. Wo ist ja liegen? Äh, Dienstags. Jetzt auf Montag. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich hab ein lilanes Haar gefunden. Hm. Wer das wohl gehören mag. Weiß ich noch nicht. Da... Da... Ich hab das Video... Ja eben. Weil... Dann... Das wird... Okay. Das macht auch ne Schweinerei, wenn man das teilt. Ja. So ein bisschen. Mach du da. Versuch das Wasser irgendwie zu fixen hier. Nicht du. Ja. Das... Das ist grad so meine Hoffnung, dass das dann besser wird. Das du dann da noch ne Schicht drauf machen kannst. Ja. Ja, denne. Würde ich sagen. An denne. Würde ich sagen. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ob der das hier schafft? Ja, das werdet ihr in der nächsten Folge dann sehen. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.